Was heißt das genau, Barhufpfleger? Das heißt, dass ich die Hufe von dem Pferd auf eine natürliche Art und Weise bearbeite. Ohne Eisen, ohne gar nichts. Ich erlaube das Pferd, ich bearbeite die Hufe so, dass sie von Natur aus durch ihre eigenen Eigenschaften stark und flexibel und einsatzfähig sind. Dadurch kann ich auch das Maximum erreichen. Warum ist der Huf beim Pferd so wichtig? Das Pferd ist ja ein Bewegungstier. Es ist dazu erschaffen worden, sich zu bewegen. Und der letzte Punkt, hier entsteht die ganze Kraft, die ganze Bewegung, der ganze Schwung. Und der letzte Punkt ist ja der Huf. Also das ist sozusagen die Übersetzung. Deswegen sind die Hufe für ein Pferd enorm wichtig. Weil ein Pferd ist nur so gut wie sein schlechtes Huf. Also wenn ein Huf sehr gut gepflegt ist, braucht er gar kein Eisen? Nein, nein. Sie sagten mir eben, ein Interview ist eigentlich kontraproduktiv. Jawohl, es ist sehr kontraproduktiv. Sie haben auch Beispiele genannt, warum das so ist. Könnten Sie mal gerade kurz aufzählen? Ja, also in erster Linie ist das eine Vergewaltigung der Natur des Pferdes. Du nimmst den Bodenkontakt weg von das Pferd. Das Pferd ist ein Besen, der den Bodenkontakt braucht. Dadurch spürt er den Boden. Der Blutzuckulation wird verringert. Der Hufmechanismus wird außer Gefecht gesetzt. Hast du Clearfaktoren, die die Vibrationen innerhalb des Hufes Schädigungen verursachen. Die Gelenke schädigen. Da hast du eine peripherische Ladung. Das heißt, dass der Huf als Ganzes funktioniert nicht mehr. Nur der Außenwand, da wo der Eisen ist, trägt das ganze Gewicht. Also es gibt eigentlich nur noch Nachteile. In manchen Fällen, nach gewissen Verletzungen oder Operationen, dann ist es clever, vorübergehend eine Zeit lang Eisen drauf zu machen. Aber umsonsten ist das, damit deckst du nur die Problematik. Aber damit kannst du niemals ein Problem lösen. Und man kann jedes Pferd nach einer gewissen Übergangszeit von Eisen befreien? Richtig, richtig. Es bedarf, wenn ein Pferd lange Zeit beschlagen ist, dann bedarf es einer Übergangsphase. Da muss der Pferdehalter oder Besitzer das Pferd begleiten. Aber dann ist es auf jeden Fall möglich. Vielen Dank. Gerne. Also, das würde oils rein machen, Also, wenn die Foto ist, da die WAd vor einher. the coup zwei ??? Untertitelung. BR 2018